So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2, gerade war alles asynchron. Ich hoffe, jetzt passt es. Der Fabi hat ein neues Level, das weiß ich schon. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier einmal aktualisieren und gucken, was noch so an neuen Leveln vielleicht reingekommen ist. Vielleicht ja mehr. Vielleicht auch weniger. Wir werden es sehen. Let's go. Und Frank hat auch wieder ein bisschen was gebaut und da ist erstmal das Level von Fabi. Okay. Aber der hat, guck mal, Bridge Draft haben wir doch das letzte Mal schon gespielt, ne? Ja, der hat das neu hochgeladen. Das heißt, Frank recycelt gerade so ein bisschen Zeug. Und Sky High Bouncing ist doch jetzt schon zum dritten Wahl oder so hochgeladen. Hä? Das ist doch schon wieder ein Re-Upload. Oh, das haben wir doch schon mal gespielt. Ich bin langsam verwirrt bei dem Frank. Jedenfalls, wir spielen das hier. Mario muss mit einem schwimmenden Pau... Äh, Quatsch, Pau. Mit einem schwimmenden Pau-Boot. Ähm, sein überschwemmtes Schloss verlassen, hat er mir dazu geschrieben. Und da steht es auch so ähnlich in der Beschreibung. 17% oder irgendwas um die Prozentsahl rum war es. Sollte also mich jetzt nicht zu sehr aufregen, was ganz gut wäre. Ja, ich bin gerade ein ganz klein wenig angepisst, aber... Man muss halt trotzdem irgendwann aufnehmen. Da ist das Pau-Boot. Achso, aber das Pau-Boot fährt noch nicht. Das Pau-Boot fährt... Ah, das Pau-Boot fährt erst los, wenn ich hier den Startknopf betätige. Das heißt, da unten sind Fließbänder, die mit dem Pau-Boot entsprechend Dinge tun. Okay. Ich will nicht sterben, weil dann muss ich alles von vorne machen. Das ist immer... Das ist so ein bisschen wie ein Autoscore, oder? Das ist von der Art her, aber wieder sehr schön designt auch. Und das ist immer dann so ein Signal-Dings, diese Dinger da. Ah, und hier müssen wir stoppen. Das war jetzt so wie eine... Nein, nicht gerade wie eine Ampel, aber... Ja. So ähnlich. Oh, oh. Ich bin ein bisschen zu schnell, glaube ich, unter... Nein, da ist es schon wieder. Okay, wir waren nicht zu schnell unterwegs. Oh, sehr schön. Wollte schon sagen, so langsam wäre ein Checkpoint. Eine ganz nette Geschichte. Aber da kam er auch. Gut. Weiter mit dem Pau-Boot. Das jetzt ein bisschen schneller geworden ist. Hui. Ups. So. Und... Ah, da ist es schon. Oh, jetzt hat es sich aufgeteilt. Und da ist der nächste Checkpoint. Cool. Oh, muss ich jetzt selber das Pau-Boot bauen? Oha. Ah, aber es setzt sich selber zusammen. Weil im Moment das Fließband in die linke Richtung geht. Und weil ich hier noch ein Off-Drücke, geht das Fließband in die rechte Richtung. Das ist cool. Wer jetzt hier besonders heiß auf dem Weltrekord ist, setzt natürlich nur einen Pau-Block ins, in die Lava. Und kann dann schneller losfahren. Was aber natürlich... Huh. Was natürlich deutlich riskanter ist. Also würde ich nicht empfehlen. Ich bin im Moment natürlich nicht scharf auf dem Weltrekord, sondern mir das Level anzugucken. Entsprechend hole ich mir auch die Leben, die es hier gibt. Da ist nochmal eins. Aber gut. Ist es sinnvoll, mehr als drei Leben in eine Welt zu stecken, frage ich mich gerade. Weil... Also klar, für so Oberweltgeschichten und so, klar ist es cool. Aber zum Beispiel im Endlos-Modus kann ich ja nur maximal drei Leben... Achso, natürlich. Ich könnte ja das erste verpasst haben und das andere. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Natürlich ist es sinnvoll, mehr als drei Leben in ein Level zu stecken. Weil dann hat man mehr Möglichkeiten, die drei Leben zusammen zu bekommen. Was rede ich denn überhaupt von einem Blödsinn? Man weiß es nicht. Aber guckt mal, 1,33. Ich habe mich doch jetzt nicht so krass aufgehalten, oder? Also das ist schon eine krasse Zeit. Ich glaube, 1,33 kriegt man nicht so schnell hin. Schönes Level. Schönes Level. Das war es aber leider auch schon. Gut, wir gucken ganz kurz in Sky High Bouncing rein. Aber ich meine, das haben wir schon 3000 Mal gespielt. Das ist doch das mit den Ringen überall. Wo ich das letzte Mal schon gesagt habe, das kennen wir doch schon. Der lädt das nur immer wieder neu hoch. Ja. Also jetzt spielen wir das nicht noch ein drittes Mal. Irgendwann ist es gut. Und das haben wir auch schon gespielt. Okay. Wahrscheinlich irgendwelche Dinger wieder verbessert, oder keine Ahnung. Gut. Dann habe ich es noch nicht so viel gemacht. Könnten wir eigentlich uns mal angucken, was denn so beliebt war. Wir sind jetzt wieder... Das letzte war, glaube ich, Mitte Oktober. Jetzt sind wir Ende November. Also da können wir mal wieder reingucken. Ich würde halt gerne Level spielen, was zum Beispiel... Ja, das ist halt wieder... Wir gucken kurz rein. Wahrscheinlich sieht es schön aus. Aber das ist halt wieder... Oder ist das Musik? Ich weiß es nicht. Das ist halt wieder ein Level, was jeder schafft. Ne? Inwievor ich sterbe sofort. Aus Gründen. Das ist eine schöne Blume. Was? Was? Ah, verstanden. Hm. Boom. Ah, okay. Es sind vier Blätter, die ich kaputt machen muss. Das heißt, die einzige Möglichkeit hier... Wie kann ich denn hier sterben? Ach so! Den einen habe ich ja schon weg, den anderen. Ich doof. Gar nicht gerafft, was ich überhaupt wegmache. Und jetzt explodiert der nächste. Das nächste Blatt. Jetzt gibt es wahrscheinlich einen Checkpoint. Und... Ne. Ah, die muss ich jetzt rüberschieben. Zack. Und dann muss ich den rüberschieben. Es ist von der Idee her cool. Also, ich habe erst was anderes erwartet, was man von selber lösen kann. Aber es ist von der Idee her ganz cool. Nur halt nicht schwer. Aber das ist dann ja in Ordnung. Ah, verstanden. Kabam! Alles Unkraut entfernt. Oh, ein Boss kommt noch, ja? Okay, und der Boss bekommt erstmal den Checkpoint. Ne, lass mich in Ruhe. Ah, ich muss den bis da durch... Ah, das war's. Jetzt ist er bis durchgeschoben. Jetzt muss ich nur warten. Nice. Okay, doch. Es ist ganz lustig gewesen. Äh, habe ich schlechte erwartet. Ja, muss ich gestehen. Hat seinen Platz zurecht bekommen. Ja, ist ein schönes Level. Ist ein schönes Level. Doch, doch, doch. Einfach, aber schön. So, das sieht doch schon eher nach was aus, was mich interessiert. Was ist denn mit den Zeigern passiert? Was ist denn mit den Zeigern passiert? Das ist eine großartige Idee. Das ist eine großartige Idee. Und es stand da Part 5 dort. Das heißt, das gab es schon mal. Das hat er schon öfter gebaut. Oh, das ist eine sehr coole Idee. Oh nein. Oh nein. Problem ist natürlich, wenn man stirbt, muss man es von vorne machen. Wenn es kein Checkpoint gibt. Nein! Da wollte ich nicht hin. Aber wirklich coole Idee. Wer immer die Idee natürlich zuerst hatte, aber... Vermutlich der Typ hier. Da es schon Part 5 ist, gehe ich mal davon aus. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch jemand anders vorher die Idee gehabt haben und der hat es sich einfach frech geklaut. Okay, da muss ich jetzt einfach warten, bis die Zeit abläuft. Ja, und jetzt? Ah, ja! Das war unerwartet. Oh nein, ich muss da hoch. Der... Ah! Okay, wir haben einen Checkpoint. Wir hatten einen Checkpoint. Das ist okay. Ja, jetzt sehe ich auch den Boden. Warum habe ich den Boden vorher nicht gesehen? Das war komisch. Okay, erst Schlüssel. Dann Schlüssel. Es ist egal, wer... Ach so. Es gibt nur einen richtigen Schlüssel. Der andere löst direkt das Ding aus. Okay. Oh Gott, das... Das versau ich jedes Mal. Dann habe ich es erst richtig gemacht und hätte einfach durch die Tür gehen sollen, anstatt den zweiten Schlüssel mitzuholen. Naja. Künstler-Pech, ne? Auch wenn ich kein Künstler bin. So. Also, den hier ist der richtige, der andere ist der falsche. Deswegen direkt raus da. Und ab dafür. Yo, ciao. Ja, das ist jetzt wieder nur abwarten. Ich kann ja eh nichts tun. Wie genial dieses Level ist, ne? Wirklich ein cooles Level. Wirklich ein cooles Level. Sehr schön. Jaja. Und jetzt geht alles kaputt wieder hier. Mit den tollen Effekten. Man muss sie einfach lieben. So. Okay. Dann. Ja, gut. Das ist Musik. Brauchen wir jetzt nicht. Kon-Queso. Zwei Prozent. Okay. Zwei Prozent und beliebtes Level. Let's go. Let's go. Äh. What? Was muss ich da tun? Ich kann den ja nur... Äh? Muss ich da schneller auf den... Hä? Ich mein, ich kann den so starten? Ja, aber... Äh, äh, äh. Ach so. Okay, gecheckt. Ich... Ah, dadurch, dass ich den nach links schicke, kann ich direkt von ihm abspringe nochmal. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das Level schaffen werden. Ich weiß nicht, ob wir das Level schaffen werden. Na, gucken. Wenn die Indikatoren nett sind und freundlich, kriegen wir's... Vielleicht... Ach, er ist auf den Goomba. Er ist auf den Goomba. Kriegen wir's vielleicht hin. Was ist der Weltrekord? 47 Sekunden. Oh, das wird eng. Das wird lang. Das wird lang. Das wird lang. Oh Gott, gib mir bitte den Checkpoint oder so in der Mitte. Ich bin für solche Level nicht unbedingt geschaffen. So, der teilt sich auf. Ah, das geht in die andere Richtung. Jetzt geht der Typ in die andere Richtung. Was ein Hund. Jetzt geht er in die Richtung. Und da ist mein nächster... Oh Gott, oh Gott. Ah, Checkpoint. Komm, gib mir den Checkpoint. Sei ein guter Levelbauer. Dankeschön. Nein, ich hab's verhauen. Aber Checkpoint. Ich bin jetzt immer fast schon versucht, hier DGA-Spruch zu bringen. Aber will ich natürlich nicht. Es ist nur so automatisch jetzt drin, wenn man Checkpoint sieht, dass man dann sagt, Oh, Checkpoint City. It's a beautiful city, the Checkpoint City. Versteht jetzt keiner, der DGA nicht schaut? Der hat einfach lauter Sprüche, wenn Dinge passieren. Wie zum Beispiel auch... Ja. Genau die. Jetzt fällt mir da nichts mehr ein. Egal. Ist egal. Er hat halt... Bei allem hat er halt eine City. Also auch, wenn er Fortschritt macht, dann ist es Progress City. Ist es egal. Das, wie gesagt, das checkt man jetzt nicht, wenn man den nicht guckt. So. Okay, wo muss ich denn... Wo muss ich denn da hin? Da fehlen mir die Indikatoren. Die ganze Zeit sind Indikatoren da. Und da irgendwie. Entweder ist es so einfach, dass ich es einfach nicht sehe. Und deswegen sind da keine Indikatoren. Oder ist es einfach ungünstig, dass sie hier vergessen worden sind. Äh, vergessen ist Quatsch, aber... Also. Soweit ist ja alles richtig. So, und jetzt schicke ich... Muss ich da in die Mitte? Oder muss ich den da oben erst abholen? Welchen muss ich mitnehmen? Immer dann, wenn es kompliziert ist, gab es Indikatoren. Und hier die Münzen. Und hier die Münzen. Und da gibt es einfach gar nichts mehr. Also wahrscheinlich muss ich erst die oberste Shell mitnehmen. Wir probieren es mal so. Also die da. Dann die da. Okay, alles klar. Gecheckt. Funktioniert. Aber da hat mir halt der Indikator gefehlt, um zu verstehen, was ich tun soll. Aber gecheckt. So, zack. Zack. Dann also die. 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 Zack. Zack. Jetzt sind wieder Indikatoren da. Jetzt ist es wieder eindeutig. Ei, 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 ei. Und nochmal. Checkpoint. Und wieder der Spaß. Ah, ne, die mit Indikator... Ah, okay. Man hat es gesehen, wie es geht, aber man konnte es nicht rechtzeitig umsetzen. Das ist natürlich ärgerlich. Huch. Ah, das muss ich ordentlich erwischen, dass der da wirklich direkt den Sprung mitnimmt. Sonst funktioniert das nicht. Aber dafür ist ja eben dieser Indikator in Form einer wunderschönen Münze. Da. Was? Hilfe. Hilfe. Ja, was will ich denn mit dem blöden Ding? Geh weg. Gib dir mir noch so eine blöde Schießpflanze am Ende. Die will ich nicht. Ah, wirklich sehr schön gebaut. Ja, ja, ja. Conqueso. Tolles Level. Tolles Level. So. Time Limit Castle. Okay. Ist das so ähnlich, wie das mit den Zeigern gerade? Ist das gerade so der Trend? Das wir jetzt auch wieder für jeden Raum nur eine gewisse Zeit haben. Ja. Und diesmal läuft die Zeit ab durch Bob-Obs. Es ist praktisch wie das obere, nur halt mit einem anderen Timer. Auch cool. Aber hier sehe ich jetzt zum Beispiel den Timer gerade gar nicht. Achso, der Peaceful Trader Timer. Das heißt, das coole hier ist, das coole hier ist, es gibt immer eine andere Art von Timer. Hier ist es jetzt der Stern. Oh, das war knapp. Das ist cool. Das ist fast noch cooler als die Uhrzeiger. Huch. Einfach weil, ähm, nochmal, noch eine Spur kreativer. Hier ist der Timer jetzt das Ding hier unten. Na, was hier hoch schießt. Das ist ja echt großartig. Also raus hier. Das ist cool gemacht. Hier ist der Timer. Auch das jetzt hier am Rand. Die drücken dann die On-Offs, wenn sie da durch sind. No. Don't do this. Zack. Eine sehr coole Idee. Finale. Komm schon, wir machen das First Try, bitte. Komm schon. Was kommt jetzt? Oh, Junge. Wait, was soll ich tun? Ach, einfach nur aushalten. Aber das war ja das Einfachste. Das war ja das Einfachste von allen. Okay. Das Finale war das Einfachste. Das ist auch witzig. Das mit dem Stern war, glaube ich, am knappesten bei mir. Aber sehr schön. Sehr schön. Coole, coole Idee. Hold up plus b. Das ist wahrscheinlich sowas, was jeder schafft. Oh, ne. 22,80. Okay. Was ist da los? Was ist da los? Also ab und b. So, ich halte ab und b und gucke, was passiert. Ach so, b wegen, dass die Sprungphysik funktioniert. Ja gut, und wenn manche Leute das halt einfach nicht richtig halten, dann sterben sie halt. Also wir können da jetzt nicht sterben. Ich halte hier ab und b. Ja, ist dann halt jetzt nicht so spannend. Ach, wollen wir das jetzt angucken? Jetzt haben wir es angefangen. Aber wenn ich sehe, wie viele rote Münzen es noch gibt. Immer noch vier Stück. Das ist halt, keine Ahnung. Sowas reizt mich überhaupt nicht. Sieht cool aus, ja. Aber wie gesagt, der Reiz ist das Bauen, nicht das Spielen. Toll. Toll. Ne, gebe ich auch kein Herz jetzt für. Hat schon, hat ja, kriegt ja eh schon Herzen. Ja, super. Was will ich damit? Ne, ich will, so, 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 so Zeug brauche ich nicht. Das ist hier das Gleiche, das lassen wir jetzt einfach. Ähm. 20 Sekunden Speedrun. 11,27% klingt schön. Wenn es auch noch gleichzeitig beliebt ist, macht es bestimmt Spaß. Let's go. O Gott, 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 o Gott. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oh Gott, ich hätte fast den Schwung nicht erwischt, ne? Fast den Schwung nicht fahre. Äh, nö. Das ist... Das ist gar nicht mal so... So einfach gewesen. Also schon einfach. Aber nicht so einfach. Sehr schön. Gut gebaut. Das war ein schöner Speedruns. So stelle ich mir Speedruns vor. Ich hätte auch sterben können. Also da waren schon Stacheln, da hätte ich schon reinlaufen können. Chaotic Chain Chop Castle. Okay. Escape as fast as you can. Re-uploaded. War gut. Let's go. Oh. Ich habe da nicht hingeguckt. Vielleicht lassen wir die Münze einfach Münze sein. und holen sie einfach den Pilz hier. Mir gibt es gedacht, dass da einer drin ist. Äh. Aber man erkennt fast nicht, wo man hin kann und wo nicht. Aber... Es geht. Also ich bin... gerade ein wenig... Ach, da, durch. Verwirrt. Aua. Ah, das ist eine Tür. Ich sehe teilweise sehe ich echt nicht die... Äh. Ich sehe teilweise echt nicht, äh, wo ich hin kann. Das ist super verwirrend. Das ist super verwirrend. Okay, ich kann aktuell nichts tun. Jetzt kann ich was tun. Und zwar... Oi, oi. Oi. Sterben kann ich ganz gut. Jetzt muss ich wieder aushalten, ja? Mehr aushalten. Jetzt kommt der gleich... Ne, der kommt nicht durch. Jetzt kommt der durch. Aua. Okay. Gerade so. Gerade so. Oh, oh, oh. Okay, die bleiben aber auf ihrer Seite. Also ich muss immer nur kurz hin... Und dann wieder zurück. Gut. Ran. Ja, äh... Würde ich, ja? Ach. Ich dachte, der geht von selber. Ich habe es nicht gesehen. Upsi. Okay, wir rennen. Let's go. Vertraue den Münzen. Okay. Ich kann nicht durchgehen. Ach so. Wollte schon sagen. Hä? Ich komme nicht durch die Röhre. Okay. Alles klar. Ja, also den Namen Chaotic verdient es zu Recht, das Level. Uff. Uff. Das war wirklich ein bisschen chaotisch. Aber nicht schlecht. Auf jeden Fall schön. So. Hat mich von der Art ja an das andere erinnert. Ist das auch von dem gleichen? Nein. Okay. Dead Pirates Cove. Plattform your way through a curve of dead, angry pirates. Have fun. 11,6%. Klingt gut. Let's go. Sehr schön designt auf jeden Fall. Das ist ein Piratenschiff gewesen. Okay. Okay. Aber gefällt mir. Ist ein sehr schönes Level. Plopp. Und los geht die wilde Fahrt. Und vorbei ist die wilde Fahrt. Ich dachte, ich kann da drauf. Too bad. Too bad. Es war so klar, dass es nur beim ersten Mal funktioniert, ne? Also diesmal machen wir den Quatsch, aber nicht. Ich dachte halt, ich kann da drauf, aber... Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, weil... Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. So. Okay, der fährt jetzt nicht mehr von selber. Es bleibt beim Pilz. Okay. Okay, da muss ich wohl runter. Ah. Okay. Checkpoint. Boom. Also, designt ist das wunderschön. Wir brauchen einen Schlüssel. Jetzt fährt der hier eine Runde. Oh, das war eine schnelle Runde. Jetzt fährt er die Runde wieder zurück. Uff, 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 uff. Okay. Passt. Sehr schön. Achso. Ich dachte jetzt, ich muss auf die drauf. Nein, ich muss denen ausweichen. Finale. Zumindest fühlt es sich wie ein Finale an. Jo. Let's go. Ja, und was soll ich? Achso. Da drüben muss ich den runterziehen. Ich muss also mehrmals hin und her. Ja gut, das ist ja easy. Ja, Mensch. Wie gesagt. Das ist ja easy. Schönes Level. Sehr schönes Level. Joops. Joops. Ja. Kein Wunder, dass es bei den beliebten Leveln gelandet ist. Sehr, sehr schön. Also mit, also heute muss ich sagen, es sind die beliebten Level, ne? Nicht so viel Autogramm. Ich meine, wir skippen halt den Autogramm, aber da sind echt coole Sachen bei. Stressful Mario 2. Stage 2 in the second stressful world. Sit up and worry about to climb. 2,68%. 2,68%. Auch wenn wir Stressful Mario 1 nicht gespielt haben. Ist ja egal. Guck mal rein. Ich denke, dann ist nach dem Level auch der Part, äh, lang genug. Oh ja. Ich spüre den Stress. Ich spüre den Stress. Oh mein Gott. Warum bin ich nicht gesprungen? Warum bin ich nicht gesprungen? Bisher war es halt echt noch nicht so schwer. Das wird sicherlich noch schwerer. Wenn man die 2% zieht. Das muss noch schwerer werden. Aber bisher sind die Indikatoren halt auch echt gut. Also ohne Indi... Äh. Ohne Indikatoren wäre das... Viel schwieriger, weil man überhaupt nicht wüsste. Oh nein. Oh. Und von vorn. Das ist jetzt halt der Stress. Ah. Wir sind weit gekommen. Aber wie gesagt, ohne Indi... Äh. Ohne die Indikatoren, äh. Wäre das deutlich schwieriger. Weil man teilweise gar nicht sicher ist, ob das, was man macht, richtig ist. Und so ist man sich aber sicher. Oh. Das war zu hoch. Dass man nicht sterben kann. Nein. Ohne. 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 Nein, das mache ich doch. Aber wir kommen, denke ich, recht schnell wieder darauf. Das passt. Ich bin so eine Nuss. Ich bin so eine Nuss. Wenn es jetzt doch nichts wird in dem Part, dann machen wir das auf jeden Fall im nächsten Part. Das Level werde ich schaffen. Das Level will ich schaffen. Weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Aber bisher fühlt es sich durchaus machbar an. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich hinwollte. Oh Gott, wie ging das? Ach ja! Da haben wir, da sind wir gescheitert. Da sind wir gescheitert. Jetzt ist halt keine Ahnung, was jetzt alles kommt. Oh, nein! Oh, da hätte ich nochmal zurückgesollt. 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 Okay. Oh, das war eigentlich gar nicht so klug. Und das ist recht nicht. Ich habe das Gefühl, wir sollten, wenn das hier fertig ist, auch mal Stressful Mario einspielen. Das ist auf jeden Fall gutes, gutes Plattformtraining. Macht sehr viel Spaß. So, Checkpoint, komm. Yesh. Nein! Zu bald gesprungen. Zu bald gesprungen. Okay. Aber wir haben einen Checkpoint. Das ist sehr viel wert. Okay. Das habe ich zu spät gesehen. Das habe ich zu spät realisiert. Aber theoretisch kann ich das ja skippen. Also nicht. Oh, no. Hm. Oh, no. Oh, no. Was? Oh, no. Was war das denn jetzt? Oh, no. War ich wieder zu blöd zu springen? Muss ja so sein. Kann er dem Controller nicht die Schuld geben? Das geht ja nicht. Was soll denn der arme Controller sagen? So. Da müsste ich doch eigentlich... Jetzt habe ich wieder viel zu... Jetzt war ich viel zu fixiert darauf, das zu skippen. Was tue ich denn da? Ich mach das jetzt nicht als vorzuzungen. Ich will das jetzt schaffen in dem Part. Aber der Part wird schon unter so lang. Was nicht gut ist fürs Uploaden. So, hier kann ich doch einfach direkt runter. Genau. Okay, aber vielleicht ist es gar nicht mal so gut, weil ich dann den... Erstens bin ich aus dem Flow raus. Und zweitens habe ich das Tempo nicht, was ich vielleicht brauchen, haben sollte. Ah, ich gewisse, wir sollten es richtig spielen. Das ist nur ein ganz kurzer Sprung, den ich mir da vereinfache. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich hier rüber muss... Ja. Dann ist das sowieso viel einfacher. Okay. Oh Gott, die... Aha, die Eiszapfen. Ich hatte Angst vor den Eiszapfen. Und dann habe ich den zu kurzen Sprung gemacht, weil ich nicht an die Eiszapfen wollte. Und dann war der Sprung aber so kurz, dass ich in die Stacheln reingesprungen habe. Also, kurzer Sprung... Nein! Ah, da... Das ist... Da habe ich vor den Eiszapfen da oben echt zu viel Respekt. Ich glaube, da kann ich mich schon ein bisschen was trauen. Ah, Mist. Mann, Mann, Mann. Ja. Äh, keiner! Keine Ahnung, wo es da jetzt hingeht. Uff. Das war vielleicht auch ein bisschen nicht so cool. Ich meine, woher soll ich denn wissen, von welcher Seite aus ich an die... Also, nicht von welcher Seite, aber an welcher Höhe ich jetzt genau an dieses Ding anspringen muss. Ja, es ist schon ein Indikator da. Ja, okay. Es ist ein Indikator da. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Es ist ein Indikator da. Oh, mein Gott. Yes! We did it! 40 Minuten. Na gut. Das kriegen wir doch gerade so hochgeladen. Hoi, 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 hoi. Großartiges Level. So, wie viel von diesen Stressful Mario hat der Typ gebaut? Oh, Scheiße, was? Achso, Stress-Free sind die ersten. Und dann geht es hier mit Stressful los. Oh, mein Gott. Oh, das ist zu viel. Ich packe den mal in die Fafos, dass ich das weiß. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Part mit Stressful-Kram. So, jetzt sind wir bis 11 gekommen, ne? Das heißt, wir haben im nächsten Part noch einiges uns anzuschauen, was auch noch alles beliebt war. Da kommen bestimmt noch coole Sachen bei raus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss! Erstmal und 18 beim Winter. Tschüss! Alles gut! Tschüss! Vielen Dank.